. Perfekt, war geil organisiert. Wir haben richtig gut Stimmung gemacht. Und ich würde sagen, wir haben jede Menge Fans akquiriert für Deutschland. Das war wichtig. Ja, okay, ihr könnt schürten, schürten, schürten. Schürt, schürt, ist okay. Los, ihr habt euch das gemein hier? Super, super. Ja, sehr gut. Wir sind auf Sprachbarrieren. Dann haben wir uns schon noch einen Helmung für Österreich, die es daran lieben hätten. Spaß gemacht. Und sind eure auch hier unverletzt wieder rausgekommen? Ja, mehr oder weniger. Wir konnten hier ein paar fiese deutsche Tricks bleiben beim Faustball. Ich glaube, Argentinien ist auch vorn. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich glaube, den Kindern hat es auch Spaß gemacht. Es waren ein paar richtig gute dabei. Man sieht, dass sie schon länger Faustball spielen. Und die machen das schon richtig gut. Machen wir mal Bälle? Ja. Ja, oder machen wir mal? Okay? Ja, wie geht's? 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 Es war ganz spannend, wenn man Training zu organisieren hat und man eigentlich gar nicht verstanden wird. Wie geht's? any Wer noch was das? Wie geht's? anybody Vielen Dank.